Ich habe beim Sport durchhalten gelernt. Ich bin seit einigen Jahren leidenschaftlicher Läufer und habe festgestellt, wenn es kalt ist, wenn es regnet und wenn man sich dann trotzdem motiviert, noch einen Kilometer weiter zu rennen, dann ist das im ersten Moment verdammt anstrengend. Aber wenn man es dann geschafft hat, ist es total schön und total erfüllend und das habe ich beim Sport gelernt.